Durchgehende Angriffe machen noch direkt. Oh, ich muss heilen. Ich glaube, ich mache gleich eine Multiheilung einfach. Okay, der ist schon mal raun. Oder ich riskiere es und versuche jetzt einfach alle hintereinander Platz zu machen. Dass vielleicht schnell helfen wird. Ja, wenn der Flash angreift, ist das nicht so schlimm. Vielleicht in der nächsten Runde ist es schlimm. Aber jetzt erst mal nicht. So. Oh, schnell. Dankeschön. Die Medaillen. Ja, rechts ist natürlich das, wo man eigentlich lang gehen soll. Sicherlich, oh sicherlich. Das heißt, ähm... Ne. Ich habe was anderes für euch. Nehmt mal das. Cengiz macht... Das. Jessica macht... Das. Tanjula macht den schlimmer Fall und versucht den Einzuschläfer an den Jungen. Und gute Nacht, bitte, bitte, bitte. Ah, der schläft nie an, die Sau. Na ja, gerade zweimal Schmor und eine Sense sollten alle platt kriegen. Besonders, dass sie eh nicht viel aushalten. Jawoll. Das heißt, die Sense geht auf ihn drauf. Bum. Mitteleilung. Ne, warte mal. Jessica kann sich normal... ...selbst halten in der Runde. Alter, der hat ja eh nicht mehr viel. Muss jetzt gleich Platz sein. Ist er dran? Er sollte jetzt eigentlich sterben. Richtig. Ah, okay. Ich muss erstmal ne... ...Zapfen runterrollen. Eeeh. 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 Halalalala. Ja. Wenn wir uns hier vermerken, kann ich durch den Angreifen. Komm. Für jede Runde... ...ja, die MP wieder zu bekommen, ist eigentlich schon ganz geil. Vielleicht hat nicht mehr so viele. Da muss ich jetzt aufpassen, ich soll einfach normale Angriffe machen oder... ...kreiswäger als es ist, glaube ich. Was wenig ist. Okay. Ah, ich verstehe. Deswegen war ich ein zweiter Weg. Wenn ich jetzt clever gewesen wäre, wäre ich jetzt andersrum gegangen. Aber man kann's ja nie wissen, was... ...die Höhle von einem will. Ah, nee. Warte mal, die sind jetzt momentan nicht... ...angreifbar, ja. Schick die beide doch einfach verflucht nochmal in die Hölle. Oh, ich krieg mal einen eingeschlafen. Nein, boing! Ich dachte schon, es hat ein Ende. Das ist nicht geil. Okay, er schläft ein. Ich würde sagen, das ist ganz okay so. Das... Äh... ...Jengels hat ja noch ein bisschen Leben. Wirklichkeiten... ...Jessica selbst. Schieß mal einfach mit drauf, erstmal. Du-du-du-du-du-du-du-du-du. Oh, ey. 55. 50. Nichts... ...michst shot. Na, wacht auf. So. Boom. 13. Das ist... ...für den Starten... ...ja. Die mir ein bisschen mehr erwartet. Muss man so sagen. Aber na ja. So, da können wir wieder runterrutschen. Den Buckel runterrutschen. Warum? Muss eigentlich so ein Typ... Der Kräuter sammelt so tief gehen. Boah, was für ein Labyrinth. Und ich will ja jeden Zentimeter abgehen, damit ich jede Truhe... ...so, alles mit Krieg eigentlich. Oh, besonders den jetzt da am Ende. Äh. Und die beiden versuchen wir zu verwirren, ja. Ist doch natürlich klar, aber Jessica, bitte. Nein, Laser Raw. Nicht betroffen, shit. Super. Das heißt, der da drauf. Die beiden erwische da drauf. Wum. Und Zauber. Haben wir doch mal so irgendwo eine Multi-Heilung, ne? Also. Ist völlig verzaubert. Das zählt immer noch mit dem Boing. Da hat der Feuer einen eingesetzt. Ich hab da wieder nicht drauf geachtet. Ach, Menno. Okay, beide down. D-d-d-d-d-d-d-d. Okay, ich hab noch keine Multi-Heilung dafür, aber hier hab ich nochmal eine. Darf jetzt nur nicht sterben. Ähm. Oder. Ja. Ich glaube, ich muss die Multi-Heilung einsetzen. Ist mir lieber. Falls irgendwas passiert und jetzt kommt, kann ich hier gleich vollgepowert reingehen. Äh. Ja. Ich klebe mir wieder Eiszapfen rum. So. Oh, Mann. Ey. Ja, komm, ich ruf das Team. Dude, dude. Die haben auch nur Angriffe. Laser. Laser. Normale, normale, normale. Das ist egal. Habt euch, brecht euch hier gleich alles. Laser. Laser. Laser ist der Geilze. Vielleicht schlug dran, da ist ich nice. Wie darf. Nebenpunkte. Wie? Das ist alles hier einstecken, okay? Ätch. Und auch seit das sie auch am nächsten Level erreicht. Achtpunkte. Achtpunkte. Haha. Was steht da eigentlich? Äh. Kann auf Akta-Schiffe nicht gesteigert werden. Ah, okay. Eine mega Stärkung. Und diesmal bin ich eigentlich ganz gut gegangen. Ich muss nur schauen. Frostfeuer, okay. Äh. Was hat er jetzt gelernt? Edge, ne? Edge ist, hält die Gruppe von ab. Magie zu verwenden. Okay. Was kann man eigentlich machen? Jessica. Jessica. Oh.